Das Reich des Bösen Zu der Zeit unterwies der Erhabene die Mönche mit Leerreden über das Nirwana, ermahnte sie, trieb sie an und erfreute sie. Und die Mönche nahmen seine Rede gläubig an, beherzigten sie, erwogen sie mit allen ihren Gedanken und taten ihr Ohr auf, die Leere zu hören. Da dachte Mara, der Böse, dieser Asket Gotama unterweist die Mönche mit Leerreden über das Nirwana. Ich will zum Asketen Gotama hingehen, um ihm das Augenlicht zu rauben. Da nahm Mara, der Böse, die Gestalt eines Ackersmannes an, nahm einen großen Pflug auf die Schulter, nahm einen langen Treibstock in die Hand und mit wirrem Haar, in hänfenes Gewand gekleidet, die Füße von Lehm beschmutzt, ging er zum Erhabene und sprach zu ihm, »Hast du vielleicht Stiere gesehen, Asket?« »Was willst du mit Stieren, Böser?« »Mein ist das Auge, Asket.« »Mein ist alles Sichtbare.« »Mein ist das Reich des Erkennens, das aus der Berührung des Auges mit Sichtbarem entsteht.« »Wohin willst du gehen, Asket, von mir frei zu werden?« »Mein ist das Reich des Erkennens, das aus der Berührung des Denkens mit Gedankendingen entsteht.« »Wohin willst du gehen, Asket, von mir frei zu werden?« »Dein ist das Auge, Böser.« »Dein ist alles Sichtbare.« »Dein ist das Reich des Erkennens, das aus der Berührung des Auges mit Sichtbarem entsteht.« »Wo es aber kein Auge gibt Böser und kein Sichtbares und kein Reich des Erkennens, das aus der Berührung des Auges mit Sichtbarem entsteht,« »Dahin ist der Weg dir verschlossen.« Untertitelung des ZDF, 2020